Komm, was ich jetzt mache. Zack. Boah! So. So. Und so. Was sind die Gegner, ja? Boah, die Zone kommt genau auf Tilted. Guck mal, alles blau. Haha. Guck mal, unten rechts. Alles blau einfach. Ah, Alkoswag. Wirst du shoppen gehen oder was? Es ist voll lecker. Shit. Okay. Erwartet, ich bin grad. Da ist grad so. Nein, zu tief. Set, muss du dein. Ah, nee, kommt nicht so weit. Ich wollte nur, dass ich meinen Kopfzeiger, ja? Versuch, den mir jetzt zu holen. Ich brauch ein bisschen Materials und dann... Gebt das schon. Mach der kleine Peach da. Kleiner. Ich hab nichts mehr zu bauen. Bleib doch hier, Medo. Was musst du? Was haust du ab? Ich hab doch gepusht. Oh, womit verdienst du eigentlich deine Brötchen? Gute Frage. Keine Peach. Ich bau dich jetzt hoch. Weißt du Leute, hab ich keinen Bock zu spielen. Ja, bau dich nach Utopien hoch. Ich hab nichts mehr zu bauen. Shit, ich brauch Materials. Oh, das ist ein Motherfucker, ja. Nein. Scheiße, er f*** mich jetzt. Ich hab nichts mehr zu bauen, ich muss ab. Ja, auf PC kann man ein bisschen schneller bauen. Das ist so ein bisschen... Deswegen spiele ich auf PC, ja? So, sechs Leben noch. Sechs Leben noch. Tamam, Mann. Ah. Musst du hin, dieser? Keine Peach. Keine Peach. Müsst du immer dieses Versteckspiel spielen. Ich bin nicht mal in deine Nähe gekommen, du baust schon wie so'n kleiner... wie so'n kleiner Hanseer baust du schon. Boom, Bitch. Du kleiner Hanseer hast du gebaut. Komm hier einmal auf, tanzt auf deinen Nacken. Ich hab den grad hart auseinander genommen. Hahaha. Oh, hier läuft irgendwo so'n Peach safe rum. Jetzt fängt's langsam an ernst zu werden. Jetzt macht das Spaß. So. Wo seid ihr, Peaches? Da haben wir einen Loot-Drop. Was jetzt mit der Quali ist? Ist die besser? Schaut mal. Die Kanacken kommen und beschweren sich über die Quali. Ah, bitteschön. Ich wüsste, wo die sind. Die müssen safe hier sein, ja? So, da oben kann... Ah. Ich dachte, ich hab da grad jemanden gesehen. Ist da ein Busch? Ja, Mann. Du kleiner Bitch. Der kämpft einfach in so'n Busch. Reicht zu kleben noch, ja? Bitte hört auf zu campen. Bitte. Guck mal, wie ich hier rumspringe, als ob das mein Land wär. Der andere Bitch kann gleich auch noch schießen, deswegen chill ich kurz. Ich bin ein paar Mal. 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 Ich treffe diesen kleinen fetten, ah das ist der letzte, ja, ah das wird so easy, Bruder ich bin gerade auf dem Baum, du brauchst mich einmal runterschießen, ich bin tot, ja, jawoll Ich bin gerade schön erster geworden, Bruder, endlich mal, endlich mal, kommst du gleich online, komm zocken du, ich carry dich ein bisschen, komm du, jetzt schubst mich an, ja normal carry ich dich, du Hansi, Ali, du wunderst dich, warum man auf Facebook streamt, ich wundere mich auch, Bruder, aber es gibt immer seine Gründe, warum, wieso, weshalb, wieso, warum, weshalb Ich öffne die Kiste und nehm noch so ne Spandage mit, so ne Scheiß Keiner peekt, das war meiner, ja, damit die wissen, Action Jackson kommt, da war safe unten, ja Ja, mein Rechner kann man so kaufen, wie er steht, da sieht der, der, was hat der drinnen, für die Leute, die die Ahnung haben, da steckt ein i7 8700 drinnen, ich glaub 12 mal 4 Gigahertz, ne 4,5 Gigahertz, also schon ein Biest, aber damit kannst du, weiß ich nicht was, deine Pornos sogar in 4D animieren, okay Ah, ah, da hinten haben wir jemanden, completos, vamonos Hat geschossen hier, du kleiner Panzer Brannsiert Nein, nein, ah Ich schieße du kleiner Oh klein Shit, Digga, aber es geht gerade ab, ich hab diesen kleinen Panzer einfach nicht getroffen So, ganz kurz Einmal ein Ei rantrinken Oh, was war das gerade, Digga Ich hab gerade gezittert, ich dachte ich Was war das gerade, drei auf einmal Das heißt, wenn ihr jemals von einem getötet werdet, der heißt, ich hab drei Beine, dann Dann ist mir diese Zeit, und was geht ab, Ozan Guck mal den Muss der hin? Was nervt ihr mich jetzt alle? Was ich ficken muss Ist der frech, oder was? Guck mal runter von deinem Film, wie willst du ja? Wer ist der Babo? Ich hab fast meine drei Beine gebrochen Ich hab schon wieder so krasses Loot, das ist nicht mehr normal Woher dieses Loot? Auf Facebook Stream funktioniert doch wunderbar Ah, 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 da haben wir einen Kompadres Vamonos Wo ist der kleine Pitcher? Ah, hab ich dich gefickt Ah, FaceNipper, hab ich dich mit Granaten gefickt Du kleiner Hansel Mit Granaten jemanden auseinander zu nehmen ist schon Da tut schon weh, sag ich euch ehrlich Wenn du jemanden mit Granatenwerfer auseinander nimmst Da ist schon... Da tut schon weh, glaub mir Guck mal da, ah da Da kommt Rambo Rambo persönlich Muss der Cousin Bleib mal locker jetzt hier, bleib mal wieder unten Oh, korrekt Wege ab Leute Erstmal dafür, einfach mal für die Aktion Einfach mal ein Like da lassen Ist doch nicht, ist doch nicht, ist doch nicht so viel verlangt Also ein Solo, so ein 20er, weil schon... Ah, schwierig, schwierig, schwierig Warte, was hab ich schon lange, du kleiner Guck mal, was ich jetzt mache Zack Ich hab dein Leben gerippt, ja Ich hab dein Leben gerippt Ja, kommt Dusty Devote Früher hieß es, wenn du Stress haben willst, komm Bahnhof Heute heißt es, komm Tilted Oh mein Gott, hätte ich den jetzt getroffen Gleich kommt auf jeden Fall War nicht hier noch einer drin? Weiß wie ich das mach? Ach scheiße, ist der kleine Peach Ach scheiße, ist der kleine Peach Mal einfach geht die Sache, halt mal kurz, dann die Beine flach Oh, 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 oh Da hast du den Schuss gesehen, Bruder Das Problem ist Wo ist der kleine Peach? Wollte er geschossen? Wo ist er geschossen? Geht der mir auf den Sack, ja Nein Bruder, ich wollte... Was? Nein, ich wollte keine Bombe legen Ich wollte... Das hier legen, ja Diese Bombe wollte ich legen, Bruder Ich bin laut im Spiel, ich muss ihn jetzt ficken Wo ist der? Warte, lass mich kurz Aaaaah, ein Sniper, sehr schön Aaaaaah, ein goldenes Sniper Warte, was machst du da? Das wird jetzt ein bisschen ekelhaft. Ich hab nicht mehr. Wo ist der überhaupt hin? Das ist das Problem. Der kann jetzt von allen Seiten kommen, ja. Oder er hat nicht das Problem ist. Ich hasse das. Er weiß, wo ich bin. Ich weiß aber nicht, wo er ist. Ah, da ist er doch. Da war doch sein schäbiger Kopf. Guck mal, der kleine Pitsch. Boah. Ich hab den Wunder gedroppt. Ey, warum treff ich den nicht? Ah, nissi, Kimia. Das gibt's doch nicht. Nein. Crap. Nein, Digga. Was ein Pitsch.